Absolut tolle Stimmung, geniale Musik, richtiger Kracher. Ja, auch so klar bombastisch. Man muss mir nur ins Gesicht gucken. Ja, und die Schweißperlen. Nicht frisch sehe ich nicht mehr aus, aber immer durch. Super. Gustavs war mega gut, richtig coole Stimmen gemacht. Die Leute waren begeistert und mitgegangen. Gerne wieder, immer, doppel Daumen. Ja, immer, immer, immer. Wir haben noch nie so eine gute Hochzeitswelt gehabt. Ja, das ist ja cool. Das war nichts falsch zu verstehen. Nicht falsch zu verstehen. Danke, war Hammer. Okay, danke euch. Mama.